so hallo herzlich willkommen jetzt geht's ab da leo schon geheult und geflammt hat das ist eigentlich das fläche mache ich mal weiter mit Resident Evil 2 die Farce kommen dann wahrscheinlich ab Wochenende ich ziehe richtig hart durch wie viel Uhr am Bier 20 Uhr komm ich ziehe bis null durch eh mach ich nicht aber ich mache schon sowas bestimmt das bin ich caution bisschen hibbel ich weiß nicht was ich weiß nicht wo ich bin ich bin kanal kanalisation und wir haben so ein riesiges wiegt hier was wir haben so ein riesiges Viech gesehen was irgendwie hier vorbei gelaufen ist ja das zu dem was jetzt kommt keine ahnung hier ist wirklich komplett blind ja davor ich kannte MrExx ich weiß dass du musst eine police station ist und sowas aber mehr wusste ich auch nicht das mei es war blind so aber jetzt wirklich komplett blind ich habe keine ahnung was kommen wird nichts gar nichts so dafür wie das fiech nee wir müssen ja eh weiter ich bin sicher das ist der richtige Weg er hat sich scheiße in den Gesicht gerieben Scheiße warte auf da Leon leon Nacken Baselist Ach du Scheiße Ich sehe Leon gar nicht lol Ey Geist, ich muss versuchen auszuweichen Der Geist, das Ding riecht euch Ja ok, der war meins Was ist das denn? Du übergebrochen Scheiße Wie ist das am zocken? Ist das gut gemacht? GRANATE! Ok Riesige Scheiße Nein, ich mache den Jock nicht Was war das denn? Geht hier einfach! Ich kann nicht sagen, dass ich dich nicht erwähnt habe Du sagst, das Virus hat Menschen in Monstern Nicht Reptilien Das war ein Mensch Das war ein Mensch Der One Piece Ist real Sorry, ich kann ähm Ich kann irgendwie nicht ernst bleiben Außer dem Grund Die Deagle sieht nämlich So sauber aus Ha Illegal Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen nicht die Monster Sie verkaufen die Viruse, die sie machen Und Annette ist, wer die Viruse macht Wie schrecklich war das Alligator-Groß Und Annette ist viel mehr gefährlich Wer ist Annette? Annette Graf Schoenig? Keine Ahnung was das ist Ich hab den Namen mal irgendwann gehört Könnte auch eine Nazi-Kollaboratorin sein Ich weiß nicht Ich hab den Namen irgendwann mal gehört Oder was ist der Richter denn? Ich hab keine Ahnung Aber ich kann speichern Komm ich mach einfach Falls ich so random sterbe Hier ist gar nichts Tür auf Definitiviert wird das Handwerk Identifizieren Sie sich Annette Birken Sie ist die, die wir suchen? Nicht viel Zeit Wir müssen das Wir müssen das Wir sind für das G-Virus Das wird nicht passieren Ich versuche dich, Doktor Oh, ja? Hey! Stop! Ada! Ah! You'll never get the G-Virus You'll never get the G-Virus Didn't expect that from a scientist Ah Leon Forget about me Just go Stop her before she gets away Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Ich bin gerade außerhalb der Abstand In der Pursuit von Annette Ich glaube, sie hat es verstanden was sie verstanden hat Es ist nicht auf ihr Es muss sein Es muss sein Einmal Wenn sie sich in der Hand schickt, dann lasst sie für eine Extraction Average-Squad-Playing-Session Ihr wisst nicht, wie manchmal... Okay, wir haben jetzt auch ein anderes Aventar. Ihr wisst nicht, wie manchmal Squads-Lieder reden könnten bei Squads. Also, es klingt tatsächlich bei manchen so. Da lief ich auch ganz schnell. So, Leon ist kaputt. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ragt da raus? Was ist das? Wieso kann ich das nicht? Wieso macht das? Was ist das für ein Ding? Ist das ein Arm? Nein, was ist das? Ist das der Virus, der irgendwie raus wollte, als er verbrannt ist? Was zum Fick. Ah, und ich weiß, dass das im Original ist T-Virus und nicht G-Virus hieß. Okay, ich bin 24, ja, ich sollte mal aufhören mit dem Scheiß. Jus, die IMF-Visualizer, Track-Viring-Hack-Elektronik-Virpinten. Nee, der wird Jagdmann-Geister. Das ist so künftig. Warum machst du das, ey? Da, what the fuck. Alter. Tja, ihre Steps waren links neben ihr. Jetzt geht's ab. Oh, ja. Episch. Wer bist du, Shadow? Na, verdammt, den Witz versteht ich eh keiner. Es gibt so ein Meme. Ähm. Shadow the Hedgehog steht da. Und... Oh. Shadow the Hedgehog steht da und sagst du, It's like taking candy from a baby. Which is fine by me. Und da kommt dieses D-D-D-D-D-D-D von der Mitzwei. Ich weiß nicht ob das die Einblendung ist, aber ich verlinke es in der Beschreibung. Dann die Pins am Kommentar. Au. Okay. Halt. Ich muss den nicht halten, oder? Aber ich will es dann. So, was steht hier? Äh, September Inspection Week 1. Ich habe bereits eine Request in der Woche gestellt, aber wir müssen absolut eine Replacement-ID haben für RISP-Band ASAP. Wir brauchen jemanden, um zu erhalten, zu bestimmten Bereichen der Hauptfassilien zu erhalten. In anderen Worten, ich und meine Crew können nicht in den Ort, in der wir unsere Arbeit machen müssen. Also ich will nicht jemanden hören. Entschuldigung, uns zu schlafen. Okay. Irgospit-ID. Ich muss noch IE spielen. Ich kann nicht raus. Ähm. Bullshit. Ähm. Egal, sie muss ein Zombie töten. Weil, ich will mich in Ruhe umschauen. So, wenn er mich jetzt die ganze Zeit hetzt, dann werde ich blind. Und ich bin jetzt schon blind, mein Name ist Blind Talk. Das hätte ich auch mit dem Zombie machen können, aber ich wollte nichts riskieren. Oh, leck. So, hier sind wir runter. Holy shit. Der Junge, der war lauter als gedacht. Oh, warte, ich bin ja blöd. Ich wusste eh lang. Ich wusste eh lang. Das klingt schlimm als ich, wenn ich... Nach einer langen Gaming Session aufstehe. Oh mein Gott. Nein. 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 Verpiss dich. Oh, Digga. Du bleibst liegen. So. Okay, ich muss da hin. Oh nein. Oh nein. Ihr Schweine. Okay. Okay, wir machen das am besten. Erstmal nachladen auf jeden Fall. Ich laufe von meinen Subkassen. Ich lasse mich durch. Okay. Du bist da, ich kann nicht hin. Oh, ich muss gar nicht... Oh. Jetzt fühle ich mich dumm. Ich dachte, ich muss irgendwie rüber um das zu machen, aber ich kann ja durch die Wand hecken, wie ein... Wie ein cooler FBI Dude. Ist doch klar, schieß einfach durch. Okay. Geht nicht. Ich war jetzt nicht hinweg gegangen, aber vielleicht hätte sie reagiert und das wäre ein cooles Easter Egg-Ig jetzt gewesen. Warum hat... Ach, der hat keine Taschenlampe. Ich höre mein Boy Leon jetzt nicht mobben, aber... Ich hab's gewusst, dass er nicht tot ist. Also ja, Leon hat's mir auch gesagt, aber man hat keine Leiche gesehen. Hat er einen Hut auf? Nein, er hat keinen Hut auf. Oder hat er einen Hut auf? Nee, er hat keinen Hut auf. Ich dachte, ich könnte jetzt den Hut abschließen. Ist ja Gas. Warte mal. Okay, nee. Wie sieht... Das Bild sieht so wabrig aus. Vielleicht hätte ich das Gas nachzünden können. Mit mir. Nee, lass mich mal. Aber ich muss halt sagen, Mr. Egg ist schon ein chilliger Dude. Man kann einfach ganz entspannt rumlaufen. Wenn er dann verfolgt. Oh, jetzt nicht mehr. Wie mach ich das jetzt? Wie trick ich den? Wie ich vielleicht so an der Wand stehe? Das war scheiße. Okay, dann machen wir's safe. Wir laufen weg. Nein, lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Junge, war das behindert. Oh Mann. Was wär das aus? So ein Comedy-Sketch. Vor allem, weil ich sag noch... Ach okay, lass das einfach gechillt machen und dann krieg ich ihn zweimal aus dem Maul. Oh, wir können speichern. Ja, komm. Why not? Bist du zu ruhig? Meine Maimung. Ich guck viel zu viel Glöckmeier, Alter. Was? As ob diese Hebel schwer umzulegen sind. If the new Wrissband that just arrived, we can finally begin our survey of demolition Es geht um die Rapport von dem anderen Tag über den Incinerator, es ist nichts wirklich, es ist wahrscheinlich nur eine große Pizze von Tränschen. Ich werde mich selbst anschauen, nachdem ich diesen Rapport umgebracht habe. Kann man seinen Puls immer tracken, das ist cool. Der lebt. Okay, der lebt nicht. Wahrscheinlich steht er jetzt auf. Nee, die Tür geht zu. Jetzt steht er auf. Sie sind getrappt mit einem Zombie. Du merkst das. Dann wirst du nicht alleine sterben. Äh, fuck. Ist das richtig? Okay. Ganz cool. Okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Das hier. Oh, nee, warte. Oh, fuck. Ah, ich verstehe, was ich hätte machen sollen. Oh, fuck. Ich bin dann dumm, dumm. Okay, das war's. Ich hätte die drei Kisten überladen sollen. Ach, das ist irgendwann ein Sprecherpunkt dort. Ich weiß nicht, wieso ich dachte, ich muss es zum Richtigen leiten. Oder als einen von den drei. Ja. Anyway, so is your sex life. Der Room. Guter Film. Nein, kein guter Film, aber ein guter, schlechter Film. Kann ich das skippen? Ja, ich weiß ja, was ich machen muss. Bravo. Ah. 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 Mann, wie kann man so fies sein? Also wirklich, wie kann man so gemein sein? Ich weiß nicht, was sie tut. Sie ist ne... ... super eins... eins schlaue Wissenschaftlerin. I guess. Warum tauchen die Speicherstände nicht auf? Hä, ich bin doch gar nicht Leon, ich bin Ada. Ha, 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 ha. Ich bin doch der Gamer. Alter. Was? Was jetzt? Ja, ich hab... Mein Kopf? Ich weiß nicht. Oh nein, es ist abgelaufen. Wir haben den 9. Oktober. Nee, 8. Doch, 9. Oktober gerade. Achten. Nee. Heute ist Montag. Bitte hilf mir, ich habe Schütze für ihn. Habe ich nicht. Habe ich wohl. Ach du Scheiße. Enough! With this Cat and Mouse game. The game is over. You lost. Tell me. Is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Oh shit. I'll get a sample from my eyes. Oh shit. Oh shit, I can't understand. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Fuck shit. Vielen Dank.